In diesem und dem nächsten Video schauen wir uns an, wie wir das Shading für die 3D-Szene umgesetzt haben. Hier werden wir als allererstes mit einem Basismaterial beginnen und im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir dieses etwas verfeinern und individualisieren können. Für die Materialien und auch später für das Rendering werden wir die Cycles Render Engine verwenden. Um diesem Video besser folgen zu können, solltet ihr auf jeden Fall mit den Grundlagen von Cycles bereits vertraut sein. Das Thema Shading ist ein sehr umfangreiches Thema. Wenn ihr euch zum Beispiel mit der Cycles Render Engine schon ein bisschen auseinandergesetzt habt und vielleicht euch mal irgendwelche Materialien von professionellen 3D-Künstlern runtergeladen habt und euch diese mal näher anschaut, dann sind das meistens so komplexe Teile, wo man dann denkt, was zur… naja, ihr wisst schon. Hier wollen wir euch allerdings versuchen zu zeigen, dass man auch mit relativ wenig Aufwand viel erreichen kann, also ein möglichst schönes bzw. realistisches Ergebnis erzielt, ohne unendlich riesige No-Trees aufzubauen. Bevor wir jetzt anfangen unsere Shader digital zu erstellen, sollten wir die Materialien, die wir umsetzen wollen, in der Realität anschauen. Das heißt, wie es zum Beispiel die Oberfläche beschaffen, ist sie glatt, ist sie rau, glänzt das Objekt oder ist das eher matt, ist das Objekt transparent oder allgemein lichtdurchlässig, bricht es das Licht und so weiter. Es gibt viele, viele Faktoren, die ein Material einzigartig und eben auch realistisch aussehen lassen. Und all diese Faktoren bzw. Eigenschaften versuchen wir in unser digitales Material einzubringen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten Materialien, die man digital umsetzt, eine Farbe haben sollten, eine Spiegelung, am besten mit einer Specular-Map, dass quasi die Oberfläche nur an bestimmten Stellen glänzt und nicht überall, dann ein Bump-Mapping, dass kleine Unebenheiten auf der Oberfläche entstehen, was eigentlich auch fast jedes Material hat und bei einigen Materialien kommt dann natürlich noch Transparenz oder Lichtdurchlässigkeit hinzu. Mit diesen wenigen Eigenschaften kann man schon viel erreichen, im Zusammenhang mit verschiedenen Texturen selbstverständlich und wir zeigen euch dann, wie man das auch noch ein bisschen erweitern kann und noch ein bisschen schöner gestalten kann. Zu Beginn werden wir ein Basismaterial erstellen, d.h. dieses Basismaterial enthält die grundlegendsten Einstellungen wie eben diese Specular-Map, die Bump-Map, die Farben usw. Um Zeit und Aufwand zu sparen, werden wir für unsere ganzen Materialien immer jeweils nur eine einzige Textur verwenden, d.h. Specular-Map und Bump-Map und vielleicht auch Farbanpassungen werden wir alles direkt in Blender erzeugen, ohne irgendein externes Bildbearbeitungsprogramm beanspruchen zu müssen. Im letzten Video haben wir euch ja gezeigt, wie man nahtlose Texturen erstellen kann. Diese nahtlosen Texturen werden wir jetzt auch für die meisten dieser Shader, die wir hier in diesem Video erstellen werden, verwenden, das Ganze im Zusammenhang mit prozedural generierten Texturen. Die meisten Texturen, die wir in diesem Video verwenden werden, stammen aus dem Seamless-Texture-Pack Vol. 2 von Iceclots.de, welches außerdem in der Kaufversion des Workshops enthalten ist. Als Beispiel werden wir hauptsächlich den Stein verwenden, den wir in einem der vorigen Videos erstellt hatten. Ich splitte jetzt unser Fenster, oben stelle ich den Node-Editor ein, dann füge ich ein neues Material hinzu. Wir achten natürlich darauf, dass die Cycles-Render-Engine aktiviert ist. Und zusätzlich aktiviere ich über die User-Preferences das Add-on Node-Frangler. Dieses Add-on gibt uns ein paar zusätzliche Tastenkürzel und Funktionen für das Arbeiten mit den Nodes. Da werden wir eine Funktion ganz besonders verwenden, die sehen wir dann gleich. Damit wir jetzt gut mit unseren Materialien arbeiten können, brauchen wir eine Grundbeleuchtung. Dabei ist es gut, auch möglichst ein paar Highlights zu haben, dass wir die Spiegelung und die Glanzlichter auf dem Objekt besser sehen können. Ich füge jetzt schnell über die World-Einstellung eine HDRi-Map hinzu, quasi ein 360-Grad-Himmelfoto, was unsere Szene dann von allen Seiten beleuchten wird. In der Kaufversion sind übrigens 10 HDRi-Maps von hdrihaven.com enthalten, die Quack-Saal extra für diesen Workshop als Sponsor erstellt hat. Okay, über HDRis und Beleuchtung werde ich in einem Extra-Video nochmal mehr erzählen. So, mit Shift-Z kann ich jetzt die Viewport-Rendering-Ansicht aktivieren und mit STRG-B kann ich mir hier auch eine Box auswählen. Wenn der Bereich kleiner ist, dann rendert das Ganze auch ein bisschen schneller. Und mit STRG-Alt und B kann ich diese Box auch wieder komplett entfernen. So, jetzt beginnen wir mit unserem Basismaterial. Dazu füge ich neben unseren Diffuse-Shader den Glossy-Shader hinzu und vermische beide über den Mix-Shader. Über die Roughness vom Glossy-Shader kann ich jetzt einstellen, wie glatt bzw. rau unsere Oberfläche wirken soll. Anschließend füge ich ein Image-Texture-Note hinzu und wähle mir über Open eine Steintextur aus dem Seamless-Texture-Pack Vol. 2. Diesen verbinde ich mit dem Diffuse-Shader, damit die Farbe auch auf unserem Objekt erscheint. Da wir keine UV-Map haben, weiß Blender noch nicht, wie er jetzt diese Textur auf das Objekt drauf mappen soll. Darum füge ich noch ein Texture-Coordinate-Note hinzu und verbinde den Object-Ausgang mit dem Vektoreingang von unserem Image-Texture-Note. Bei der Object-Mapping-Methode wird quasi die Textur im gleichen Seitenverhältnis auf unser Objekt rauf projiziert. Das heißt, egal wie groß oder klein nachher unser Objekt ist, die Textur hat dann auf allen Objekten immer die gleiche Größe. Und das ist eben sehr nützlich, wenn wir ein Material auf verschiedenen Objekten verwenden wollen, ohne dass dann die Textur sich an die Objektgröße anpasst. So, und hier kommt jetzt auch der Node-Frangler ins Spiel, dieses Add-On, was wir am Anfang aktiviert haben. Ich kann jetzt einfach Shift-Steuerung gedrückt halten und dann Linksklick auf irgendeinen beliebigen Node machen. Und dann wird ein sogenannter Viewer-Node hinzugefügt, was eigentlich nur ein Emission-Shader ist. Der zeigt uns dann an, was passiert bis zu dem Node, den wir eben angeklickt haben. Und wenn ich jetzt hier mal auf den Image-Texture-Node klicke, dann sehen wir ganz gut nur die reine Textur. Und hier können wir jetzt auch ganz gut erkennen, dass unsere Textur langgezogen ist. Und das liegt daran, dass wir hier bei Projection auf Flat gestellt haben. So wird quasi das Bild flach von oben nach unten auf das Objekt projiziert und demzufolge an den Seiten langgezogen. Hier stelle ich jetzt auf Box. Das heißt, es wird von sechs Seiten wie eine Box auf unser Objekt projiziert. Und dabei entstehen an einigen Stellen so unschöne Nähte. Und die können wir mit dem Blendwert überblenden, indem wir den einfach auf 1 stellen. So haben wir quasi eine nahtlose Textur von allen Seiten auf unser Objekt projiziert, ohne dass wir eine UV-Map erstellen mussten und ohne dass wir irgendwelche Themes übermalen müssen. So, damit wir jetzt die Größe unserer Textur bestimmen können, füge ich noch einen Mapping-Node zwischen den Texture-Coordinate und den Image-Texture-Node hinzu. Und über den Scale-Wert können wir dann die Größe der Textur in XY- und Z-Achse einstellen. Je größer der Wert, desto kleiner wird die Textur auf der Oberfläche dargestellt. So, wenn ich jetzt mal einen zweiten Stein hinzufüge und da mal das Material raufziehe, dann sehen wir, passt die Textur perfekt. Wenn ich das Objekt jetzt mal im Object-Mode skaliere, sehen wir, wird auch die Textur größer skaliert. Das liegt daran, dass die Objektskalierung dann größer als 1 ist. Um das wieder anzupassen, drückt einfach STRG und A, Scale, und dann wird die Skalierung zurückgesetzt. Das Objekt bleibt dann in der aktuellen Größe, aber die Textur passt sich dann wieder an die Originalgröße an. Das heißt, die Textur ist dann auf allen Objekten mit der Skalierung 1 gleich groß. Und das ist sehr, sehr nützlich, wenn man eben ein Material erstellt, was auf vielen Objekten funktionieren soll. So, wenn man jetzt wieder sehen will, wie das eigentliche Material aussieht, dann haltet einfach STRG-SHIFT gedrückt und klickt auf den letzten Node vor dem Material Output Node und dann wird quasi dieser wieder richtig mit dem Material Output Node verbunden und der Viewer Node wird automatisch entfernt. Jetzt werden wir eine einfache Specular Map aus der bereits hinzugefügten Textur erzeugen. Dafür fügen wir ganz einfach eine Color Ramp hinzu und verbinden den Eingang mit der Color vom Image Texture Node und den Color Ausgang verbinden wir mit dem Fack Eingang vom Mix Shader. So, wenn wir uns jetzt mal den Node Tree bis zur Color Ramp anschauen, dann sehen wir, unten auf dem Stein wird die Textur quasi in Schwarz-Weiß umgewandelt. Schwarz und Weiß kann man auch sagen ist 0 und 1 und den Fack Wert vom Mix Shader kann man sowohl auf 0 als auch auf 1 stellen und natürlich auch auf Werte dazwischen. 0 bedeutet, dass nur der obere Shader verwendet wird, also der Diffuse Shader, also die Stein Textur und 1 bedeutet, dass das Objekt glänzt. So und mit dieser Schwarz-Weiß-Textur sagen wir jetzt eben, dass es nur an bestimmten Stellen, also überall wo es weiß ist glänzen soll und überall wo es schwarz ist eben nicht mehr glänzen soll. So und jetzt können wir eben über diese Color Ramp einstellen, wie viel Schwarz und wie viel weiß wir in dieser Specular Map haben sollen und so verändert sich dann eben auch das Glanzlicht auf der Oberfläche. Jetzt fügen wir noch den Bump Note hinzu für eine einfache Bump Map. Auch diesen verbinden wir über den Height Eingang mit der Image Texture, also der Stein Textur und wir verbinden den Normal Ausgang mit den jeweiligen Normal Eingängen der verschiedenen Shader, damit sich diese Bump Map dann auch auf diese Shader auswirkt. Und jetzt wird wieder anhand von den Schwarz und Weiß Werten, also anhand der Helligkeit, bestimmt, wo das Ganze eingekerbt und wo das Ganze herausgehoben werden soll. Also Weiß wird herausgehoben und Schwarz wird eingedrückt. Und über den Strength Wert können wir dann einstellen, wie stark diese Bump Map sein soll. Wenn wir hier mal ganz nah ran zoomen, dann sehen wir ganz gut, haben wir jetzt eine unebene Oberfläche, die vom Licht beeinflusst wird. So und das ist auch schon unser komplettes Basismaterial. Wir haben eine Textur, wir haben eine Specular Map, ein Glanzlicht also, und wir haben eine Bump Map. So und dieses einfache Material könnten wir jetzt schon für ganz viele verschiedene Objekte verwenden, indem wir dann ganz einfach die Textur austauschen.